Maitin 2 Update Idee Falls hoffentlich bald ein neues Equipment Teil kommt, sollte man die ersten Stufen nur mit alten Abzeugappen können. Zum Beispiel, wenn ein neues Armband kommt, sollten die ersten Plus 1 bis Plus 6 Stufen nur mit verschiedensten Low-Level-Apps auf Abba sein. Beispiele dafür Schuriken, Unbekannte Medizin, Bärengalle, Orksan Plus. Hauptsache viele verschiedene Absachen von vielen verschiedenen Low-Level-Maps. Allerdings nicht in normalen Einheiten, sondern pro Abversuch 100 bis 200 Stück. So könnte man viele neue Farmstellen für Low-Leveler schaffen und den Start auf älteren Servern sehr viel erleichtern. Was haltet ihr vor meiner?